herzlich willkommen zu einem neuen shop video es ist endlich soweit fordnet kapitel 2 hat gestartet und wirklich super super nice die karte gefällt mir richtig gut die ganz neuen waffen einfach richtig nice tausende besser als wirklich die letzte season es gibt eigentlich kaum etwas nerviges das einzige was gestern etwas nervig war waren die fps drops auf pc ich weiß nicht ob es auch auf konsolen war aber ich hatte teilweise wirklich massive fps drops gerade als update frisch rausfahren nachher ging es dann einigermaßen hat ich allerdings auch noch den stream ausgemacht dann hat sich das etwas stabilisiert ich hoffe allerdings dort wird noch etwas gefixed dass du wieder folgen update ist so wie das stimmte 144 fps hat und nicht mehr so manchmal jobs auf 50 fps oder so kommen wird es wirklich bei einem spiel ziemlich nervt ich würde sagen schauen uns jetzt allerdings mal den item shop an wir haben seit gestern und der skin war schon gestern drin dort gab es auch neun shop den zero skin passend zum schwarzen loch sieht ziemlich ziemlich cool aus also gefällt mir wirklich richtig gut hinten auch noch das schwarze loch ist immer genau das schwarze loch was wir uns angucken konnten passt allerdings auch richtig gut zum skin sieht auf jeden fall verdammt cool aus dann gibt es dazu die null punkte lackierung sieht auch richtig richtig cool aus ich finde von den null punkt lackierung ist es tatsächlich die beste lackierung weil die einfach hier so richtig extrem aussieht mit den schnellen bewegungen und so wie einfach so richtige energie strom gefällt mir auf jeden fall hinten das bergwerk sieht auch nicht schlecht aus mit so kleinen zwei ender haken und dann nochmals schwere haken beziehungsweise sind ja gar keine ender haken sondern solche kühle haken oder an der kühle dran hängt ja auch wieder mit zwei verschiedenen stilen sieht ganz nice aus glaube ich in relativ kleinen spitzhacke gefällt mir auf jeden fall dann haben wir den sumpf man der so in der variante ziemlich ziemlich schlecht aussieht wie ich finde allerdings mit den neuen stilen sieht es echt ganz cool aus hier vor allem der rote der gut blau und der gelb blaue beides kind sehen ziemlich nice aus auch der orange sieht ganz nett aus jetzt erst das zweite mal dass das mit den stilen reingekommen ist wenn ich auf jeden fall nice dann hier die aerobic assassinen finde ich nicht so gut der wurf scheibenwirbler hat eine super coole musik wie ich finde jetzt auf jeden fall richtig nice im mood kann sich auf jeden fall kaufen dann klappe die 14 ein grün im mood ziemlich classic dann auch schatten boxer auch irgendwie nichts als besonderes ist immer grün im mood dann haben wir den rift ranger noch ist nice skinne wobei ich für ein epischen skin nur diesen taucheranzug etwas zu wenig finde auch wenn der skin backpack hat dann haben wir als letztes noch hack training auch aus der spannungsgruppe finde ich auch nicht so cool finde ich finde skins hier irgendwie nicht ist auf jeden fall nicht mein stil durch skins würde ich mich nicht würde ich mir nicht kaufen dafür gibt es vor allen dingen heute einfach viel zu viel coole andere sachen das war es mit dem heutigen shop video ich hoffe es hat euch gefallen und schreibt gerne mal auch challenge vorschläge oder video ideen in die kommentare was vielleicht in der season 11 jetzt machen muss sollte oder ist ja eigentlich kapitel 2 season 1 was ich da drin machen sollte für challenges oder für videos generell würde ich mich auf jeden fall freuen und dann bis zum nächsten video ciao